Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Das ist der Kea U 2 von Kea Swiss, bei dem sich Damen- und Herrenmodell lediglich in der farblichen Gestaltung voneinander unterscheiden. Die technischen Eigenschaften des Kea U 2 erkläre ich euch jetzt anhand des Damenmodells. Dieser neutrale und komfortable Trainingsschuh ist besonders für mittelschwere und schwere Läuferinnen und Läufer geeignet. Dies bewirkt unter anderem die Guide Glide Zwischensohle. Guide Glide ist eine einzigartige Konstruktion der Mittelsohle, die den gesamten Fuß mittig im Schuh stabilisiert und so ein komfortableres und stabileres Laufen ermöglicht. Das Flow Cool System verbessert die Belüftung und das Feuchtigkeitsmanagement und hält so den Fuß von den Zehenspitzen bis zur Ferse angenehm kühl und trocken. Dieser neutrale Trainingsschuh für viele Kilometer mit optimaler Dämpfung verfügt über das extra langlebige Super Foam Fußbett, welches die Stöße perfekt absorbiert. Zusammen mit der A-Östar 2 Außensohle mit anatomischen Flexkerben wird daraus ein hervorragender Laufschuh mit modernster Stabilität und Dämpfung. Den Kea U 2 von K-Swiss gibt es für Damen und Herren in unseren Runners Point Filialen oder hier direkt im Online-Shop unter www.runnerspoint.com 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 Vielen Dank.